Dämliches! Korsett! Hey, mein Kumpel! Was willst du denn? Ja, ich weiß, dass du auf deinen alten Herren ein bisschen sauer bist, aber ich habe hier etwas, das dich ganz schnell wieder aufmuntern wird. Sticker! Sieh mal, was wir hier haben. Ein Aufkleber von Dora, ein aufgeflustertes Einhorn und hey! Jetzt siehst du aus wie eine Chiquita-Banane. Dad, hör auf! Ich hab noch einen Rückspiegel für dich. Hey, ich will links überholen. Ich weiß, da passiert nichts, denn ich sehe, dass du mich siehst. Hör auf mit dem Quatsch, Dad! Wow, Warnung! Der Fahrer leidet unter PMS. B menybegriu. Warnung! B